Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs überholen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Überholt, überholte, hat überholt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich überhole. Du überholst. Er überholt. Wir überholen. Ihr überholt. Sie überholen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich überholte. Du überholtest. Er überholte. Wir überholten. Ihr überholtet. Sie überholten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe überholt. Du hast überholt. Er hat überholt. Wir haben überholt. Wir haben überholt. Ihr habt überholt. Sie haben überholt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich überhole. Du überholest. Er überhole. Wir überholten. Ihr überholet. Sie überholen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich überholte. Du überholtest. Er überholte. Wir überholten. Ihr überholtet. Sie überholten. Den Schluss macht der Imperativ. Überhole du. Überholen wir. Überholt ihr. Überholen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb überholen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Abonniert. Untertitelung des ZDF, 2020